Übersicht in der Bedrängnis, den Ball weiter zu spielen und dann ist es die Nummer 19, Kerstin Beckel, die das 21 zu 21 macht. Es scheint so, dass Schwerin jetzt in die zweite Halbzeit besser startet als in die erste. Das macht mir Mut, das sieht gut aus und ich glaube, dass der Ausgang völlig offen ist. Man sieht, dass die Abwehr aggressiver ist oder findest du das nicht? Ja, naja, sie haben schnell die Bälle jetzt erkämpft. Yoda hat davor gut zugepackt. Auch hier haben sie sie nicht einfach durchgelassen, der sieben Meter beweist ist. Das ist ein gutes Zeichen. Das denke ich auch. Vielleicht hat jetzt der Deuter das Glück, mal an so einen Ball ranzukommen. Ich vermute, ja, genau, Nummer 21. Gucken, vielleicht kann man sie ein bisschen nervös machen. Vielleicht warten wir ab. Sie hält ihn ganz stark. Jetzt hat sie den Riecher gehabt. Wunderbar. Gibt der Deuterin Sicherheit und natürlich auch der Mannschaft. Auf alle Fälle. Ja, sie hat mal was probiert. Sie hat sich auf die Linie gestellt, hat sich bewegt und schon war die Schütze nicht mehr so sicher. Ich hoffe, dass es gibt Susi jetzt den richtigen Schub, damit das dann auch in den kommenden Minuten für sie erfolgreich wird. Marie Künscher im 1-1 zum 22-21. Schöne Einzelleistung, oder? Ja, ja, das beweist ja die These von mir, dass sie bis dahin gefehlt hat, weil sie einfach sehr, sehr schnell, sehr, sehr gefährlich ist im 1-1, aber eben auch im Konterspiel. Hoffentlich hat sie mich nicht verletzt. Genau, genau. Ja, macht innerhalb von ein paar Sekunden ihr zweites Tor. Wunderbar. Und schon sind es zwei Tore 23-21. Dranne bleiben, weitermachen. Vielleicht können sie das jetzt mitnehmen in den nächsten paar Minuten, sich vielleicht ein bisschen absetzen. Wäre natürlich schön fürs Publikum. Du wolltest was sagen? Ja, es war jetzt sehr schön zu sehen, dass die Damen von Grün-Weiß miteinander reden, miteinander sprechen, Laufwege nochmal vermutlich abzustimmen. Und sie schwören sich tatsächlich ein, hier dieses Spiel, dieses erste Spiel siegreich zu gestalten. Also das gefällt mir gut, die Körpersprache ist da, sie reden miteinander. Also es sieht ganz gut aus. Ja, Susi Grimm scheint drinnen zu seinem Spiel, holt sich im dritten Mal, bringt den Konterpass sauber raus. Und Marie Kinscher macht ihr drittes Tor in Folge. Wunderbar. Ja, sicher aus der Abwehr raus, Torwart hält. Schnelle erste oder zweite Welle. Schön, so macht es Spaß Handball zu spielen und auch zu schauen. Und wieder aus der sicheren Abwehr raus. Wieder ein Konterpass. Jawohl, sehr schön, sehr schön. Ja, also ich denke, dass man deutliche Zeichen erkennen kann, dass ein Landwerk irritiert scheint oder beeindruckt ist. Die Körpersprache ist ein ganz anderer, habe ich das Gefühl. Ja, ja, na klar. Und schon passieren hier technische Fehler. Sie fallen hin, rutschen aus. Das, was in der ersten Halbzeit überhaupt nicht in der Form zu sehen war. Also ich denke, dass Schwerin gute, gute Chancen hat, ihr Auftaktstuhl hier zu grinnen. Jetzt wird Alt-Landsbek dazu gezwungen, schneller abzuschließen. Und das Heizspiel angezeigt von dem Schiedsrichter. Aber auch da gut geht es auf. Nein, die Spielerin ist okay. Ja. Weiter geht's. Hier nutzt man auch wieder gerade die Möglichkeit, dass der Abwehrspieler noch nicht richtig positioniert war. Man hat kurz beschleunigt, um vielleicht eine entscheidende Situation zu erzwingen. Ja, das muss immer das Ziel sein, das schnelle, das einfache Tor zu erzielen. Weil das spart Kräfte und soll ja auch die gegnerische Mannschaft demoralisieren. Und dazu ist es natürlich wichtig, schnell zu erfassen, ob es diese Lücke, ob es diesen Raum gibt. Und das war eben versucht worden. Und das muss man unbedingt weiterprobieren. Ja, Nummer 18, Tini Schröder macht das. 26, 21. Schöne Einzelleistung, 1, 1. Gegenspielerin, wie man so schön sagt, ausgenuckelt und sicher verwandelt. Ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen. Ja, und es ist auch zu sehen, dass der Trainer von Alten Landsberg jetzt auf der Bank sitzt, der vorher sehr aktiv hinter und vor seinen Damen stand. Möglicherweise ist auch das ein Zeichen, ob das seinen Frauen hilft. Ich weiß nicht. Ja, sehr schön. So soll es weitergehen. Das 27, 21. Team Time Out. Der Trainer von Alten Landsberg scheint nicht zufrieden zu sein. Vielleicht doch die Müdigkeit der langen Fahrt. Wer weiß. Ja, vielleicht. Wenn wir vorhin zur ersten Halbzeit darüber gesprochen haben, dass es noch nicht notwendig war, die Auszeit zu nehmen, so denke ich, ist es jetzt hier genau richtig. Schwerin hat eindeutig das Zepter übernommen, zeigt den Willen hier zu gewinnen. Alten Landsberg lässt es vermissen und scheint jetzt doch in einen großen Rückstand zu geraten und ist nicht unbedingt möglich. Scheint zu diesem Moment, dass sie das verringern. Also ich denke, das ist jetzt richtig, die aufmunternden Worte an seine Frauen zu richten. Das sehe ich genauso. Er ist unzufrieden. Er weiß sicherlich, dass vorher alles besser lief. Er erinnert sich vielleicht nochmal daran, ein bisschen ruhiger zu spielen, auf die sichere Chance zu warten. Teilweise war es sehr überhastet. Hat die Abwehr sehr gut gearbeitet. Und dadurch entstehen natürlich auch die Möglichkeiten über die erste und zweite Welle. Das hat Springen wunderbar ausgenutzt. Nun müssen wir schauen, wie das im nächsten weiteren Spielverlauf sich darbietet. ob es dann die gleiche Art und Weise weitergespielt werden kann. Vielleicht kann man das Spielergebnis so weiter gestalten. Hauptsache man hält die Mannschaft ein bisschen hinten raus, ein bisschen auf Abstand. Dann ist eine gewisse Sicherheit da. Ich denke mal, für die Abwehr wichtig, für den Torwart wichtig und natürlich auch für das Publikum. Warten wir ab, schauen wir weiter. Ja, wenn du sagst, das ist wichtig für das Publikum, ist das richtig. Ich will hier unseren Harry nochmal nennen, der sehr, sehr aktiv möglicherweise zu hören ist. Also er scheint auch nicht unzufrieden, also kann es so schlecht nicht laufen. Hier ist ein netter Kerl, ein bisschen verrückt. Stürmer voll, ganz offen, ganz sauber. Jetzt guckt man erst wieder. Das ist einfach stark gemacht, einfach stark gemacht, muss aber auch eine 2-Minuten-Stoppel geben. Ja, die gibt es auch. Also alles andere hätte ich jetzt auch nicht verstanden. Geht frei zum Wurf, wird von hinten attackiert, also das muss dementsprechend bestraft werden. Sollte sich die Spielerin nicht drüber beschweren. Kann natürlich auch böse enden, mit einer Verletzung oder sonstigen. Jetzt geht es aber ganz schnell, ganz zackig. Ich glaube mittlerweile der fünfte oder sechste Gegenstoß über die Abwehr oder den Torwart, der momentan sehr gut reingekommen ist, die Steffi Grimm. Was sagst du dazu? Hätte man vielleicht noch früher wechseln können den Torwart? Man sieht, dass Steffi jetzt ganz gut drin ist im Spiel und offensichtlich den richtigen Riecher hat. Ja, also ich denke, dass Susi Grimm durchaus zum jetzigen Zeitpunkt die richtige Torhüterin ist. Sie hat doch eine Menge Würfe rausgeholt und schafft es auch schnell, wieder nach vorne zu denken und den langen Pass zu spielen. Also Susi ist jetzt genau die richtige Torhüterin. Man muss ihr ein Kompliment aussprechen. Das sehe ich auch so. Mal gucken und wieder ist sie dran. Unglaublich. Sie ist drinnen im Spiel, kann wieder den Ball auf... Wahnsinn, Wahnsinn. Stark gehalten, stark erfasst, geht über die Welle. Da steht mittlerweile 30 zu 21. Und Marie Künzscher zeigt sich als ganz sichere Schützin hier. Lässt sich nicht beeindrucken. Wunderbar. Gleiche Situation. Stark. Schade, schade. Pech im Abschluss. Andi Latte gehoben. Gucken jetzt... Jetzt Ballverlust. Schade. Dann der Gegenstoß über die zweite Welle schön aufgelöst. Und die Nummer 21 so wie in der ersten Halbzeit relativ sicher in ihren Wurfentscheidungen. Jetzt heißt es, wir kurz Luft holen, kurz sammeln, positionieren. Und dann geht's weiter. Ja, wir haben jetzt einen Wechsel auf der Linksaußenposition. Steffi Dube kommt zu ihrem ersten Einsatz. Und Steffi wurde ja auch vorhin in den Perspektivkader berufen, sodass ich denke, dass man hier auch sieht, dass das, was wir mit Grün-Weiß vorhaben, durchaus mit Leben erfüllt wird. Ich glaube, dass Susi Grimm heute einen ganz starken Tag erwischt hat. Entweder hat sie gut geschlafen, man weiß es nicht, aber sie scheint die Bälle richtig anzusaugen. Das ist unglaublich, mit welchen Bewegungen sie teilweise die Spielerin auch nervös macht vor dem Wurf und im Wurf die richtige Entscheidung trifft zum Ball wunderbar. Sieben-Meter-Entscheidung, Abwehr durch den Kreis. Das kann man pfeifen, aber na gut. Schauen wir mal. Nummer 21 kommt noch mal zum Punkt. Den hat sie gut von der Linie gekratzt. Mal sehen. Ein großes Kompliment an Susi. Die gibt der Mannschaft wirklich den Rückhalt, die notwendige Sicherheit, die es braucht, um jetzt wirklich, wie gesagt, vielleicht jetzt schon sehr früh zuzumachen. Die kommen hin, Die kommen dann aus. Die kommen. Tschüss. Die kommen.